so so Schau mal, jetzt sitzen die Leute ein bisschen in der Karibik. Was wären wir hier bei mir? Ich guck erstmal in den Shop. Vielleicht kann man ja was Neues... ...Wall-Balance... Okay... Hawaii! Hawaii! Ja, Hawaii ist schön. Hawaii ist super. Ähm, was haben wir denn hier? Verwirrt. Ja, das gucken wir jetzt gerade, was im Shop ist. Ähm... Oh, das sieht gut aus. Das ist halt gut, also... Verwirrt, aber für 500 Tage. Die Dama-Glocke ist wieder... Hm... Rio Grande, da müssen wir spielen... ...ja... 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 ...die Fußballer... ... sind dabei... ...ja... ...ja... ...ich bin ein bisschen leise... ...k- ... das kann gut... sein, dass ich halt etwas mehr ans Mikro muss. Vielleicht ist es jetzt besser geworden. Hi, hallo. Na? Ich hoffe, dass man mich im Spiel besser hört. Ich kann mal nur in den Zocken erstmal eigentlich warm werden. Ja, besser. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ich muss das hier noch auschecken mit dem Mikrofon. Wenn das hier ja Power geben vielleicht, keine Ahnung. Deshalb dieser Schwenkarm, den wir unbedingt noch brauchen. Dann ist das einfach alles so dichter. Oh Gott. Oh Gott. Sniper action. Soöööö. Soööö. Oh Gott. Geist du schwenst! Eten, ich war mir von der Er Intoheim. Oh Gott. Ah Gott. Ich war mir von dem Kumpel. Vielleicht kann man ein bisschen Werbung machen für uns, ja. So, wo landen wir? Und, uh, Cracky. Cracky. Jack up. Ich hab ihn dabei, um mich zu schieben... Ah, ich habe ihn dabei... Ich hab ihn dabei... Das ist los. Ja, ich mach's nicht. Ich stresse mich ein bisschen. Ja, ich schreibe mich ein bisschen. Jetzt ist's. Jetzt ist's. Jetzt ist's. Jetzt. Jetzt ist's. Jetzt ist's. Ja! Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wow. So. 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 Was ist das? Das war's für heute. 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 als er uns eingeliehen ich habe ein schluss für um er spielt sie sind 15 bis jetzt bin ich gar nicht ich habe auch noch nicht so viele wünschen ich hoffe das ist so schön ok das ist gar nicht überhaupt nicht spielst du auf PC? spielst du auf PC? ja ich spiel auf PC ja spielst du auf PC 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 Ich zieh auch gerade so eine YouTube-Kanale hoch, mit meinem Sohnemann zusammen. Wenn du Bock hast, kannst du da mal reinschauen, heißt es genauso wie mein Name. Naja, mach ich auf jeden Fall. Ja, kannst du da mal reingucken, wir machen auch ein paar crazy Aktionen mit Schenken von Skins, Stopp und so. Du kannst auch deine Freundschaftsanträge gerne schicken schon mal. Zack, angenommen. Ja. So, dafür, dass du nicht so gut bist, hast du dich aber ganz schön platt gemacht vorhin. Aber ich glaube, hier wird keiner mehr sein, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Ich denke, logisch auch nicht. Doch, ich bin schon noch Stats. Oh Gott, der hat den Fang jetzt. Kommt wieder oben. Schade. Schade, schade. Okay. Ja, das wird wirklich einmal später. Dann spielst du weiter, oder? Wollen wir hier spielen? Ich spiel erstmal weiter random news. Okay. Ja. Okay. Alles gut. Tschüss. 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 Polly Hatches Das ist ein Motorball. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schade... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Ich habe die Schmerzen und ich habe die Schmerzen. Das war's für heute. 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 Jusuf ja das war eine silent round ja das bild ist bereits abgestellt ich muss das noch noch mal einstellen vernünftig das war ich beim nächsten mal so ich guck mal in der nächsten runde vielleicht jemanden gespräche zu finden mal schauen so ansonsten Wir haben die heute noch mal einen... ...dramatischen Bescheid bekommen. Das ist ein bisschen besser. Da krieg ich noch ein bisschen besser. Nein. Hallo? 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 Hi. Hi. Worüber hast du gerade geredet? Worüber ich gerade gesprochen habe. Ja. Ich habe gerade über einen Amazon-Gutschein gesprochen, den ich geschenkt bekommen habe. Ah. Ist heute dein Geburtstag? Nee, ich hab Geburtstag gehabt an 7 Uhr. Wo wollen wir hin? Hast du schon? Äh. Ja. So. Ich hab total markiert. Kommst du da hin? Ja, genau. Ja, genau. Oder soll ich da hingehen? Ja, ja, alles gut. Alles gut. Also herzliches Glück mit schnachträglich. Ja, dankeschön. Dankeschön. Ich bin schon mal ein bisschen. Du musst so ein paar Leute kennenzulernen. Du musst so ein paar Leute kennenzulernen. Du hast mich zu Addon und sein YouTube Account zu. Wie heißt so wie du? Genau wie mein Name ist. Super super Excel. Ah. Ich hab grad mein Handy nicht dabei, aber kann ich dich ernten? Ja. Auf jeden Fall. Weil dann kann ich mir das besser merken. Soll ich's machen. Wir spielen auch ein paar Runden, wo wir ein paar Skins verschenken wollen. Ah. Wie. Und wie viele Zuschauer hast du grad? Oh, jetzt gerade aktuell nur 4. 3. 3. Ist gerade runter. 3. Ja. Wie gesagt, wir sind am Anfang. Am Anfang, ja. Ja. Okay. Aller Anfang ist schwer. Also ich hab kein YouTube. Also ich hab YouTube, aber kein Kanal. Kein Kanal. Okay. Ja. Seit wann spielst du? Ich spiel... ähm... Intensiv seit Season... Oh. 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 Warte, ich hab grad mein Handy gefunden. Haha. Haha. Super. Super Excel. Oh. Ich sitze in der Karinbeck gerade. Was? Ja. Siehst du gleich, wenn du gucken. Wenn du reinpickst. Siehst du's. Ja. Siehst du gleich. Wenn du reinpickst. Hast du ne Glatze? Ich hab keine Haare, ja. Ah, das wirst du. Ja. Das find ich. Das ist aber nicht live. Warst du live? Bitte. Ich bin jetzt nicht live gerade. Ich seh's gerade nicht. Warte. Ne, ich seh's grad nicht. Also ich seh dein... ich seh deine Videos. Aber... Ah, da... Da ist live. Ah, jetzt hör ich mich auch doppelt. Bruh. Na ey, seid ihr. Wo musst du ausmachen? Haha. Ah, jetzt hab ich mein Handy ausgemacht. Ich steh die ganze AFK rum. Okay. Was ist das für ein Name, den du hast? El... Es war mein Bruder. El Mermiflow. El Mermiflow. Ja, warte. Ich mach den Ton mal aus. Oh. Das Bild ist rechts abgeschnitten. Ja, ja, ja. Das ist rechts abgeschnitten noch. Ja, so ein bisschen. Oh, lol. Ich hab einen normalen Ton mit Lilo und Skala gefunden. Willst du dir? Oder willst du das Skala? Was hast du? Was hast du? Was hast du? Also entweder eine blaue Ei oder ist Skala. Ja, blaue Ei. Überhalten wir den. Okay. Also... Ich hab's angeboten. Ich hab's dir jetzt sagst, wieso hast du mir den nicht gegeben? Oh, bist'n du grad? Hast du da? Hast du da? Ja. Oh, mir ist so heiß. Oh. Na, SMG. Eigentlich nehme ich die nicht mit. Merke ich grad. Was? Was? Spielst du die SMG? Ja, ab und zu. Also, ich kann... Also, ich kann... Ja. Ich spiel meistens... Ich spiel... Ich spiel R und Kamp. Das war's. Am liebsten... Am liebsten natürlich Ska. Und, äh... Tech. Ja. Das reicht mir. Also, ich nehme lieber die Pumpkern. Oh. Lol. Ey, egal. Ich dachte, man kann diese Gartenzwelle wieder einsammeln. Dann... 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 Das ist... Ich glaube, ich hab hier ne Kiste verpasst. Die ist hier unten. Hier ist ne Tag für dich. Also... Sauber. Bist du deutsch? Ich bin deutsch, ja. Also voll deutsch? Oh, du bist ja. voll aus norddeutschland ein norddeutscher ok ich muss kurz nachdenken wo norddeutschland ist jetzt weiß ich's in schleswig-holstein äh ah ja ok oh cool ist ja lustig ach man ich ich komm aus berlin noch eine aus normalen kiste mein lag gerade nur die runde das war jetzt das erste mal dass ich zweimal in einer Reihe das ist sogar das erste mal dass ich überhaupt ne lille waffe ausgezogen hab so wo wollen wir hin wollen wir äh das palett die land hab ich da markiert ja meine freunde nennen es so jetzt hab ich das auch angewohnt was für'n skinner hast du grad drin ich hab diesen ähm der ist grad im shop ich weiß nämlich wie der heißt oh egal er sieht nice aus von hinten dein back bling'n find ich voll gut ich seh das grad im stream blauer rauch Achtung! Achtung! Was heißt blauer Rauch eigentlich? Ach, das sind diese... Einer down! Einer down! Und einer schießt mit Lasern! Wieso schießt der mit Lasern? Wieso haben wir keine Laserwaffen? Jetzt haben wir den Aim gerade Ach, die haben... Möchtest du die Railgun oder so? Ich kann die nicht ganz so gut spielen, aber... Wenn es nötig ist... Aber die... Die nervt mich übelst! Die schießt halt durch alles durch! So wie der Unibeam von Iron Man halt! Äh... Äh... Ich muss erst mal lernen, wie man das steuert! Ich will dich aufheben! Nein, das bist nicht du! Komm her! Komm unter mich! Wuii! Wuii! Haha! Der wird jetzt schlecht! Das ist eigentlich, wenn ich down bin! Dann könnte ich theoretisch, wenn ich down bin! Mit dem woanders hinzufahren! Jeder sagt, dass sie so schnell sein können, aber ich finde die gar nicht mal so schnell! Und über den Lastwagen! Aber diese Kanonen machten einfach nur 30 Damage! Äh, wir... Ja, wir gehen hier gechillt lang! Willst du die Truhe mitnehmen? Kannst du das eben Dings machen? Ja, kann man das? Irgendwie möchte ich das versuchen! Aber egal! Warte, komm! Steig einfach ein! Wenn du fertig bist! Oh, da komm ich nicht hin! Warte, steig mal ein! Du bist einfach zu fändeln! Haha! Er sagt ja richtig, du hast einen dickeren Skin als ich! Oh, mein Stream! Der Stream bei dir ist bei mir grad ähm... Wo du noch verstehst und die Truhe grad aufgemacht hast! Du bist ja grad... Jetzt bist du grad bei mir auf dem Ufo! Ja, ist versetzt ein bisschen! Ja... Oh, warte! Warte! Man kann hier halt einfach Autos mitnehmen und dann einfach auf die Gegner schmeißen! Das ist ziemlich nervig! Aber ist lustig! Okay, wo fahren wir eigentlich auf? Wir müssen ja in die Zone! Da hat jemand gebaut! Äh... Warte... Aber nee, zwei Stein-Dings! Was? Was? Wo? Da! Da! Wollen wir reinfahren? Oh! Ich park! Ah! Jetzt! Wo ist denn der? Bei mir! Hast du ihn? Nein! Nein! Alter, ich bin grad so kacke! Der baut sich hier hoch! Er ist... Er hat... Er hat nen Hit! Der hat sich gehealt! Ey! Der hat nen Fisch gegessen! Ey! Das ist aber nicht nett! Ist der bei dir? Ja! Wo kommt sein Teammate bitte her? Teammate hat einen Schaden gefressen! Noch ein! Teammate ist down! Ah! Oh! Nice, nice, nice! Kann ich die Sniper haben oder willst du die? Ja, nimm! Ah! 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 Nicht gegen meine Palm! Ich hasse die Railgun! Huh! Was ist denn das? Achso, die Dings... Also, nur zur Info, ich hab 6 Minis! Oh nein! Ah! Nee, das ist vorbeigefahren! Das ist nach unten gefahren! Warte! Nein! Die Mini ist trickig! Ah! Egal! Ja! Hab ich grad aufge... Hä? Ich hab grad zwei Sachen gleichzeitig aufgehoben! Ah! Ne, warte! Ah! Jetzt weiß ich was passiert ist! Ich hab ein Medkit! Ups! Ja! Als ob die keine gute Pump hatten! Oh doch! Äh, willst du die? Die hatten ne goldene Tech! Ah! Ach so! Ich kann halt mit der Tech nicht spielen, deswegen nehm ich die nicht! Also ich kann damit spielen, aber ich find die nervig halt! Ich mach mal die Truhe auf! Auf jeden Fall! Nervt grad so doll! Das düuuuuh! Bei mir hast du grad den Gegner gekillt! Äh, bei mir nimmst du grad das Medkit! Äh! Äh! Ufo, bist du okay? Ah! Das hat sich grad bewegt! Ah! Ich bin draußen! Ich hab's geschafft! Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Ja! Ja! Das war da eingeklemmt! Das war das mal! Soll ich... Ich komm mal mit dir! Oder ich komm mal hinter dir! Sei gefürchtet vor meinem Aufzugstrahl! Äh! Quier! Oh mein Gott! Nur noch zwölf Leute! Soll ich dich hier... Wirklich? Ja! Kann ich verstehen! Ich bin! Also manchmal hab ich richtig Höhenangst, aber... Wie viele Finger zeig ich hoch? Äh! Wie viele Finger zeig ich hoch? Hä? Hä? Ich hab mir Mod gemacht... Ah! Du hast ne Banane! Sofort abschießen! Ich mag Bananen, ja, ne? Zu essen? Ja, aber... Der Skin ist... Kacke! Der Fisch-Skin ist gut! Hä? Hast du... Hast du das UFO? Da hat grad jemand... Ah! Oh! Ich hasse die! Pass auf! Pass auf! Oh! Der... Der schießt hier auf mich! Der weiß nicht wo ich bin! Das war kacke! Ah! Pass auf! Der schießt! Wolltest du getroffen? Nein! Ich... Ich check nicht wo die sind! Ah! Nein! Bitte nicht mich treffen! Oh! Pfff! Wir gehen hier einfach runter! Ja! Okay! Finde ich gut! Und die sind wir zu gut! Ja! Was ist jetzt gut? Ich muss kurz im Mini-Tränken... Äh... Ja! Okay! Nehm ich mal! Ah! Ich! Ich nicht! Vor allem wie hat der uns markiert! Hä? Bin ich immer noch markiert? Ich glaub nicht, ne? Oh! Was... Haben die diese Schilddings geworfen? Oder diese... Markierdings? Ja! Aber ich hab keine gesehen! Ich hab keine gesehen halt! Und ich bin da auch nicht reingelaufen, weil ich keine gesehen hab! Oh! Da liegt ein Pumpgun! Aber ich hab die ja schon! Genau dieselbe Farbe! Da kommt die Banane dahinten! Hallo! Oh! Wir haben jetzt beide halt wegen mir ne lila Skane! Es ist das erste Mal, dass ich vor allem zwei... Hör! Was hat der grad grad gemacht? Hast du das gesehen? Er hat irgendwas grad hochgebrochen, so irgendwas funkelndes! Okay! Achter! Da hast du's! Der Markierungsgranate! Ah! Ah! Jetzt... Ah! Das sieht so komisch aus, wenn man das hochwirft! Oder wurde es runtergeschossen? Ach egal! Die Banane campt! Camper! Camper-Banane! Na eigentlich sind wir grad auch Camper, ne? Wir können gar nichts sagen! Ich guck mal von hinten, ob jemand kommt! Hast du grad geschossen? Ne, aber jetzt... So schnell... Das kann so schnell schießen? Ja, da kommen jetzt zwei raus! Äh, ich guck mal von hinten, ob irgendwer kommt! Da ist ein Loojob hinter uns! Sollen wir den holen? Ja! Ah! Du rennst erst mal und da sagst du klar! Wuiiii! Was hast du für'n Gate? Spielst du am PC? Ja! Uh, da hat sie mal den Hut drauf geholt! Ah! Das war unser! Einer hat zwei dicke Hits! Ein... Ich hab sehr viele dicke Hits und ich bin tot! Ach du meine Güte! Der hat mich echt gelasert! Meine Wand wurde im Boden gebaut! Man kennt's! What? Von wo kommt der denn? Ey, das ist nicht nett! Das ist gar nicht nett! Hast du den Lacher-Mode? Ich hab nur den Bein-Mode! Oh, ich war auf die Sterne! Wollen wir noch mal runter? Warte, warte! Ich muss... Ich muss kurz was sagen zu meiner Mutter! Ja! ... ... Hallo! Hallo! ich fahre in meinem ufo hast du den battle pass ja doch ich habe ja gerade fünf battle stellen bekommen und jetzt habe ich 100 bucks bekommen oh nice of skin soll ich auch eins ja man kann es ist sicher kaufen warte meine mutter ruft an warte ganz kurz es gab gerade so ein missverständnis zwischen mir und meiner mutter ja ich habe gleich ja ich dachte ich kann bis jetzt eben spielen aber nicht dafür noch eine stunde ich dachte ich darf bis 20 30 spielen aber ja hab so vor einer halbe stunde angefangen was gibt es im item shop bei ballons oder entferner nicht bereit ja ok magst du den marshmallow dings skin ja also ich hatte mir den mal geholt mal ja ach so hast du den ja ich hab den geholt ja ah ok ich werde schon mal mein skin ich bin noch fertig hoffe ich ah ich habe den stream auf pause gemacht möchte auch mitgucken auch sehr leis da hat da da hat noch ein mädchen eine frage gestellt ich weiß nicht gerade eben siehst den chat nicht doch jetzt du hast im stream mikrofon bestellt das ist mein sohnemann wir werden demnächst ein bisschen das equipment noch hier aufbauen ein bisschen besser wir holen zwei neue rechner holen äh noch mehr dazu wollen wir da hin ab warte mal wo bist du denn wieso bin ich da nicht mit reingekommen äh das war das frage ich mich eigentlich verlass mal also weil ich wahrscheinlich mein skin geändert habe oder so ich stehe noch in der lobby als bereit und da hat er mir jetzt gerade vorhin irgendwie geschrieben ich soll mal im stream das mikrofon bestellen der scherz ja da habe ich aber jetzt keine zeit für ach ich muss mich zum chatten anmelden abonnieren warte lass mich kurz ich habe nur halt eine google google mail deswegen muss ich mich da kurz anmelden ok welcher was ich sehe es gar nicht weil ich mich anmelden muss kann ich hätte abonnieren oh jetzt habe ich den stream verlassen warte wie hieß du nochmal da super 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 x hey den habe ich auch in der modell gerade jemand neben mir macht oder so super 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 jetzt finde ich dich nicht mehr ernsthaft jetzt ach du meine kacke doch da hallöle hallöle äh wo ist jetzt der abonnierbutton mann aber auch ich hab schon abonniert toll magst du die magst du die nicht magst du die nicht ja ich mag ich mag ich mag ich mag ich mag ich mag ja weil es gibt ja so richtig viele leute die die nicht mögen deswegen ich finde die leute halt doofs sag ich jetzt mal also kommt drauf an wer sie sind ich habe ich habe keine og skin glaube ich oder ist der og den ich gerade habe ich weiß es nicht bei mir bist du noch gar nicht im battle bus ist hallo dann habe ich ein her so sich nicht oder er war mit aller zwei varianten von wollen wir landen ja ach okay ach total ja ah nein mein backblick ist jetzt immer noch dieser frisch ach egal das mein kleiner buddy ja ja ich musste den sofort kaufen ja ja ich mag bananen nicht außer die zu essen deswegen esse ich auch im moment keine fische du hast doch von dem krieg zwischen bananen und fischen gehört ne ja ja also auf in fortnite oh da hey da ist ein alien artefakt hast du das schon ja ich hab das schon oh lol hä das sind ja vier höh mein einiger freund sagt die ganze Zeit wenn er verwirrt ist so höh höh das ist richtig lustig auch komisch höh höh ja da hinten ist ne ja 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 was ehemal das ist das liegt da der pump meinte ich so ne pumpa ey wie nennt man ein kannickel im fitnessstudio äh weiß ich nicht pumpernägel pumpernägel haha hehehe haha ja hau haha ja hau haha ähm warte ähm ich hab noch richtig gute Witze also also ich erzähl manchmal Witze wo du keine Antwort drauf machen musst also mit dem Bizeps anzugeben ist doch wirklich oberarm Wenn man so ein Schildqualle ist und die so splasht, werden deine Teammates davon auch getroffen? Ja, ich glaube, ja. Oh. Ups. Oh. Hi, Fischi. Ich werfe dich zurück ins Wasser. Warum? Dude, das ist ein Fisch. Nur die Slapfische davon. Hörst gerne. Lumpf. Willst du dich? Was hast du da gezogen? Ich weiß es nicht. Ich weiß doch nicht dein Ernst sein. Willst du dich? Ich kann mit der nicht spielen, obwohl ich gerade auch einen in meinem Inventar habe. Oh, da hinten ist wieder ein Fisch warm. Na, da geh ich doch mal hin. Mal sehen, was ich diesmal raus... Ah, geh zurück ins Wasserzappler! Oh nein. Oh nein. Aber dass ich da wirklich ne lilaner AK und in der vorherigen Wunder über zwei lilanes Skars rausfische. Vor allem deine Reaktion gerade. Was hast du gerade gezogen? Oh nein. Oh nein. Echt ey. Das ist so peinlich. Ja. Es ist das erste Mal... Das Auto ist das erste Mal, dass ich auf einen YouTuber treffe. Ja. Schon ein großes Erlebnis. Ja. Okay, was ich... Ich würde jetzt mal ausprobieren. Du bist... Komm mal her, komm mal her. Ich habe so eine Schildgefalle. Sag mal, ob du davon auch getroffen wirst. Ja. Oh. Dann hätte ich mir die andere aufsparen können. Ups. Was? Jetzt habe ich 190. Das macht mich aggressiv. Haha. Wie soll ich aufrunden? Oh. Zappler! Geh zurück ins Wascha! Äh, Leute, wie bist du? Ach, hier ist ne Kiste an! Nee, die wurde schon geöffnet. Ich glaube, das war sogar die Kiste, die ich geöffnet habe. Kann das sein? Ich finde so lost. Ich ziehe es immer raus, bevor es anschlägt, Dings. Oh. Oh. Ein Schabler! Geh zurück ins Wascha! Äh, hier ist kein Fischschwurm mehr. Doch, da hinten. Ich hoffe, ich treffe den. Ja, ja, nah dran. Och, Mann, hier ist... Ah! Schüsse! Auf... Ich glaube auf mich. Ah! Ja, auf mich! Ich wurde getroffen. Ja, genau da hinterm Stein ist der. Hat ein Hit. Hat ein 22er. Oh! Brauchst du Hilfe? Ich komme! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Nein! 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 Ist das ein Galaxy Skill? Ich komme und helfe! Aber du bist ziemlich gut, muss man sagen! Eieieieiei! Ey, da liegen ein paar Fische im Wasserfall, falls du die brauchst! Ja, so ein paar! Ich habe zwei! So ein paar nur! Ich habe ja nicht alle zurück ins Wasser geworfen. Ja, hatten die keine... Ah, ich muss die nehmen. Damit kann ich besser spielen als mit der AK. Ich mag die AK gar nicht. Nein! Mein einer Freund mag die. Magst du die? Ja, ganz gut. Also ich kann... Ich kann damit nicht gut aimen. Die schießt auch immer nach oben, ne? Kann nicht sein. Ja, das war zum Auto-Kinobo. Zum Auto-Kinobo. Ah! Also... Oh! AR! Ist halt so nervig und da muss man die immer runterziehen. Dann ziehe ich die zu viel runter. Dann geht sie wieder hoch. Und dann... So... Wiederholt sich das immer. Ich habe Minis, falls du welche brauchst. Also immer zur Info. Oh nein! Hier ist irgendwas. Ah! Ist da ein Mensch drin oder ein Bot? Ah! War runtergefallen! Ich glaube, der hat uns gesehen. Nein! Ich bin hier unten! Ich bin hier unten! Da! Ey, wo ist er denn? Ich... So, wo ist er denn? Ich so... Ich fall runter! Dann sagst du so... Wo denn? Wo fällt der denn denn? Ich hab... Ich hab nicht gecheck... Äh... Ne... Hä? Okay, ich... Ich sag einfach gar nichts mehr. Vor ich irgendwas dummes sage. Und dann denkst du, ich bin komplett dämlich. Ach, what? Oh nein! Habe ich mich grad erschrocken! Diese leuchten... Dingern erschrecken mich immer voll! Oh! Oh, die Zone kommen! Jetzt kranker! Ich hab Granaten aufgesammelt! Die waren so vor dem Tor! Und dann hab ich ne perfekte Treppe gebaut! Und ich bin im Sturm! Oh! Hätte ich nur dieses Matkit mitgenommen! Da lag doch eins bei denen oder hast du das genommen? Kann ich das? Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... grad nicht den Fisch-Skin! Deswegen ist das mal ne Ausnahme! Entschuldigung, Fischi! Haha! Oh! Da sind welche! Äh... Da unten! Mann! Ich kann nicht markieren, weil diese Pampe bewegt ist! Da! Siehst du den? Sieht der meine markiert? Ne! Hä? Hä? Da irgendwo ist ein Bot! Ah! Oh mein Gott! Ich geh mal kurz zu dem Bushranger! Kannst du mal bitte herkommen! Hallo! Die da! Bushranger! Ey! Der hat mir nen Matkit gegeben! Und ich bin im Levelausstieg gegangen! Ich hab jetzt zwei Matkits! Nur zu irgendwo! Ich kämpfe unter diesem Stein! Wir müssen mal langsam in die Zone! Aber nur langsam! Wir können auch campen hier, weil da ist ein Lagerfeuer! Weil das... Und hier ist ein See, wo man fischen kann! Alter! Mein... Mein... Mein Fisch-Dings! Hinten! Kann sein... Der kann sein Leben nicht mehr glauben! Der hat so welche Klubsch Augen! Der denkt sich bestimmt so... So hat der grad nur Fisch gegessen! Da kommt man anscheinend nicht hoch! Ah! Ups! Entschuldigung! Ah! Ich nehm mal die Flopper mit! Ah! Oder auch nicht! Alter! Hier liegen drei davon! Aha! Ich nehm die mal alle mit! Oh man! Aber da lagen drei! Das waren alle Freunde! Ich kann... Ich kann... Ich kenn die persönlich! Ich komm ja schon! Äh! Falls du ein Ufo auf dem Weg findest, dann wär das ziemlich cool! Oder halt ein Fahrzeug! Gibt es noch Wölfe? Ja ne? Oder? Die haben richtig genervt! Was finde ich dich jetzt? Oh! Du hast ne... Du hast ne... Du hast ne... Du hast ne Pad... Du hast ne Pad Jump? Ja... Du hast ne Pader Jumper? Ein Padder Jumper! Jumper Padder! Warte! Jetzt hab ich vergessen wie es heißt! Ein Jumper Pad! Ja! Ähm... Ich fahr mir mal den Baum! Ah! Oh mein Gott! Ich schieß ihn für dich ab! Aber ja! Ich treff einen Schrott aus 30! Hab ihn! Hab ihn! Hab ihn! Ich nehm seine Minis! A.k.a. Geld! Das ist ein super Jumper Pad! Wo schießt denn der hin? Ah! Der schießt auf mich! Das ist ein Padder Jumper! Padder Jumper! Ich kann ihn dann durchtreffen! Alarmanlage ausschalten! Hab sie ausgeschaltet! Ah! Boah! Hab ich mich grad auch gefragt! Ja lass aufs Jumper! Aufs Padder Jumper! Ey da ist jemand! Da ist ein Gegner! Wo? 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 Da ist ein Tor! Ich hau ab! Wollen wir abhauen? Ja! Einer hat nen dicken Hit! verrecken an der zone ich bin da nicht rausgekriegt pass auf da hat jemand ein schild ich denke die ganze zeit an diese bombe die ich so ein schildpad in mich wirft mit 80 km h waffen ich weiß nicht was es ist aber ich hab's ich hab gerade den übelsten jump gemacht also aus dem flug da fährt jemand mit einem land und er wollte nicht sein kann es aber nicht einfach weil ich wahrscheinlich was auch der ist da oben oder hat mir den dicken mitgegeben alles schwitze er finde war er hat diese laserwaffe ich finde ich war und der kann richtig gut editieren sagt es nur schaffst du schade ich bin bis gerade jetzt tot ja jetzt jetzt ist die stadt platzierung 8 der ist richtig gut muss man sagen ey der ist fische vor meinem auge nein das war meine doch das waren deine ich lag ja da hinten ja der hat gerade deine ak aufgesammelt also bei dem stream alter der hat mein jump pad alter das da stand extra mein name drauf zwei schuhe zuschauer like ich hab geliked warte wenn ich jetzt unabonnieren wieder abonniere steht da ich hab abonniert steht es da im stream schade da steht das nicht alter jemand jemand hat im chat ich sehe das jetzt erst man hat geschrieben ist das ein junger oder mädchen mit dem du spielst schüch schüch wo wollen wir hin das summer aussuchen ich hab die letzte mal ausgesucht hört wie heißt das denn oh nein aber mach mal kurz eine markierung da weg weil dann ich sehe das gerade nicht wie das halt oder oder ach egal ich sehe das ist einfach Believer Beat was ist das denn für ein Kackname das ist ja ich bin viel zu tief unglaublich wenn diese neuen so Jump Pads Dings da also diese Bounce Pads sind cool fliegt man richtig hoch die Bounce Pads die Bounce Pads die Bounce Pads ich hab mich grad erschrocken man kann mich in letzter Zeit so gut erschrecken ich bin auf diesem Punkt gelandet macht das irgendwas auf so einem riesen lilanen Punkt der auf irgendeinem Dach ist ich bin halt genau in der Mitte davon gelandet das ist lustig wo ist diese scheiß Truhe komm her trau dich wo ist die denn bitte ah ist sie unter mir hast du irgendwelche Leute gesehen die mitgekommen sind was ist das ach so da warte ich hole kurz diese Truhe damit ich meine Waffe ab ich hab ne SMG ja man muss das ganze Team nehmen komm lass hin da kommt übelst der Kugel-Loop draus glaube ich ich hab das noch nie gemacht ja hier leuchtet irgendwas nach oben ich stell mich einfach rein jetzt leuchtet es nicht mehr ah doch jetzt leuchtet es wieder es macht nichts brauchst du grad hier irgendwo was ab nein hier ist ein Gegner ich höre ihn ich höre ihn ich höre ihn ah da ist er mit ok der will nicht team er wollte wohl nicht teamen ich hab so ich hab so richtig oft gesneakt aber ne der guckt sich um und rennt wieder weg ah ich hab hier meine minis ich hab mich vorher gewundert ich dachte so hast du was abgebaut nö weil wo waren die jetzt diese coole chest wo ah hier ach so da beim gerät platz ich möchte dabei sein krieg ich die pump wenn die da drin ist ich komm ich komm ich komm ich komm ich komm ich komm Kaka, 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 Kaka! Oh! Das habe ich noch nie erlebt. Nur noch aufmachen. Ah! Hauen! Ah! Ah! Da ist der Kreis. Ist ja komisch. Da ist der Kreis. Da ist der Kreis. Da ist der Kreis. dass der kreis dieses geräusch das ist für perfekt das perfekte uns beiden blaue pump und tag wasch wie wahrscheinlich ist das bitte vor allem wie wir beide du tag spielst und ich pampo da über beides rauskommt das war ich möchte die ich möchte ziemlich ich wollte den zähmen ich hab sechs mit ich lass mal zwei hier liegen und bin ich nicht so steckt ist eine blaue pamp eine grüne ich jetzt hier irgendwo aus einer kistin ist gar oder so zieht dann 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 weiß ich nicht mehr was auch zum glück wenn ich das gezogen hätte dann wüsste ich nicht wirklich nicht was ich sagen sollte das war ein komisches ding gewesen weil ich nicht weiß was ich gesagt hätte brauchst du ein medkit kannst du medkit carry das habe ich für sehr weit weggeworfen ich wollte es auf den hügel werfen nur das ist so perfekt über den über den hügel gegangen deswegen konnte ich deswegen habe ich so blühen da vorne liegt noch ein medkit und ich hab ich hab wieder irgendwo kack markiert ich hab dich gerade geblockt kann man das eigentlich abbauen nee ich hab mich schon gewundert okay wie lange ist dein stream gerade schon das klappt natürlich nur wenn sein will zu lehnen so ungefähr vielleicht ich hab schon immer geträumt und youtuber zu treffen ja egal welcher kennst du andere youtuber kommt noch kommt noch guckst du youtube und wen ja 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 wo sind wir oh lol ich dachte da ist ich kann bin ich karen also ich kann sie nicht karen aber ich nehme sie mal mit ich lasse den bing mal legen okay ich hab halt fleisch und minis und eine pump und jetzt habe ich noch ein slot frei also was ist denn das späß scanner es hat gerade in meiner lunge weh getan soll ich lieber eine ar mitnehmen ich habe ein gefühl ich sollte mir mein fleisch für irgendwelche andere notfälle soll ich mal so ein äh da schleppten da schleppen von lkw was ist denn das dahin nicht markiert das mal kurz wie da steht bei mir war gerade ein medkit so als bild und taktisch schrott finde da ist eine blaue aber du hast du schon ich hab so ein ding gemacht ich hab so ein ding ich hab so ein ding dienst geworfen ich glaube man kann jetzt wissen von wo das kam kann es sein Leute so sind der in der luft alles habe ich wieder zu ach so das lädt sich auf das ist ja cool man braucht gar keine munition aber ich habe ein gefühl ich sollte eine ar mitnehmen deswegen ja nehme ich meine ar ich habe den spätdings mit äh weggemacht die p90 ist halt so eine sprayer waffe ja genau ich spiele die halt nicht um anderen leuten auf die nerven zu gehen aber wenn die die einzige waffe ist die ich finde dann nehme ich schon mit also man kann damit gut so nicht zielen und aber trotzdem treffen das ist ja ja mein freund ist grad oft gegangen wenn der wüsste da sie gerade füße wie youtuber wird das schnee paar solches fleisch oder was anderes liegen da oder die minis mehr gold solches fleisch oder minis weglegen ich lege das fleisch weg ja ich bin halt ich meine meine freundin nämlich halt auch den sniper könig deswegen ja ich spiele immer einen kreativen oder sniper und da bin ich ziemlich gut aber es kann auch sein dass meine freunde einfach schlecht sind und deswegen sind nichts sie sind wirklich nicht ziemlich gut also mein einer freund ist gut im editen hat aber kack aim und mein der andere ist ja hat ok name aber kann halt nicht gut bauen weil er auf switch spielt also er sagt immer ich spiele halt auf ps4 wo guckst du mein kraft videos oder so oder spiel zu mein kraft da ist ja nicht drauf nee nicht 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 mehr nicht heute ich weiß es nicht kommt es vielleicht aus dem riesen umschiff raumschiff über uns könnte es sein nein nein oh tierknochen alter haben die viel leben wollen wir das pederjumper nehmen vor uns dass jemand kaputt schießt ich würde mal sagen so in die mitte der zone ungefähr hier so da oder wo habe ich markiert das schaffen wir nicht Oh, hier ist ein Gegner, pass auf! Hat kein Hit! Hat ein Hit! Hat zwei Hits von mir. Ja, gar kein Hit von mir, das ist natürlich ganz blöd. Wirklich? Ach, bist du schon da? Von hinten, von hinten, von hinten! Ah, der hat mich gescannt! Von wo? Kacke! Oh, ah nein! Ich komme! Oh, hier ist jemand. Oh, hat ein 145er? Oh, hat noch ein 40er? Jetzt kommt noch der andere! Oh, schade! Bei mir schießt du gerade noch die Gegner ab! Bei mir bist du jetzt tot! Ah, noch nicht! Du hast gerade 9, 3 HP... Ah, jetzt bist du tot! Okay, musst du jetzt off, oder? Ja, ich gehe jetzt auf! Ah, nice! Oh, ich habe Artefakte bekommen! Okay! Ah, die Fakte? Achja, achja! Das Ding... Da kannst du dein Team mehr anpassen! Ah! Ich glaube, der Stream ist gar nicht... Warte, bist du... Warte, geh mal auf jetzt auf die Homepage, okay? Sag mal jetzt! Also auf die Startseite! Ja, okay! Ich dachte gerade, der Stream ist nicht... Also auf die... Aufs Spiel! Ja, bin ich jetzt! Ach so, okay! Ich dachte, dein Stream... Ich dachte, ich habe gerade dein Stream wieder richtig gemacht, aber... Nee... Mein Stream war halt ein bisschen nach hinten gespult, deswegen... Oh, ich kann mir wieder V-Bugs kaufen! Ja, siehst du! Und dann kaufe ich mir ein Level! Ja! Ich habe keine Babystelle, schade! Nee! Oh, diese Musik ist übelst nervig! Welche? Okay... Die, die ich gerade gekauft habe... Ach so! Level kaufen! Jetzt habe ich 5 Battle Sterne! Jetzt... Was kann ich noch kaufen? Ah, okay! Ich kaufe das! Na, du zockst wahrscheinlich noch eine halbe Stunde, oder? Äh... Ich guck mal auf die Uhr... Noch 20 Minuten... Denn... Ich wünsche dir noch viel Spaß weiterhin! Ja, danke! Und wir sehen und hören uns! Ja! Tschrans killst du! Dann...